So, sind wir da. Morgen ist angebrochen, wir machen exakt hier weiter und jetzt mal aufgehört haben. Natürlich. Ich bin klein, mein Herz ist rein. So, schicke ich dich eben damit. So, schicke ich dich. Die Mutter sind. So, da drüben ist der Knochenhaufen mit dem Knochenhaufen Mann. Und da hinten ist die Quest, die Escort-Quest, die jetzt hoffentlich mich auch nicht annimmt hier, ihr Schmocks. Beim Henry gibt's was zu kaufen, glaub ich. Nee, zu lernen gibt man was. Ich glaub, wenn man genug Dingens hat, wenn man genug Kochkunst oder so hat, wenn man spricht den dann an, dann bekommt man ein Rezept. Ja. Ja. Das ist toll, warum ich mich auch nicht abschliche. Ich lese dich an, dann ist der Knochenhaufen. So, ich bin das. Ich kann die Kerl droben. Ich kann über diese Möchern noch nicht anschauen. Ich weiß es nicht, warum man nicht abonnt. Es ist ein Fischer. Das ist also eine Zettungsmutzung. Ich kann die Khmer rutschern, dann entfernen. Und ich kann dich. Ich kann die Zettungsmutzung. Ich kann mich, wenn ich bis zum Beispiel aus. Ich kann die Zettungsmutzung nicht einsch?" Ich kann mein Zettungsmaß. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich gebe auf Feierleiners. Ich brauche nur noch eine gescheite Mainhand. Ich brauche nur noch eine gescheite. Ich brauche nur noch eine gescheite. Ich brauche nur noch eine gescheite Mainhand. Ja! Der hat nämlich unter anderem schöne Sachen dabei, der tut den Kasch. Wir rücken mit Ausdauer und Wille. Die Platte ist nicht so Leder. Gut, wir sind jetzt hier auf dem Weg hier hoch zum Kältebringer. Wer mal da ist. Wer mal da ist. Wer mal da ist. Wer mal da ist. Wer mal schickt jetzt so weit. Muss ich es auch mal leisten. Schießt das blöde Viech trotzdem. So. Na, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wir kommen ein bisschen in die Erfahrungspunkte. Hier ist es nicht so viele, aber ein bisschen was geht immer. Stille, Herr. Stille ist natürlich eine blöde Angelegenheit für Caster. Können wir eigentlich nicht, weil hier ist Kampf angesagt. Kannst du vielleicht warten, bis ich Mana hab? Ich bin außer Reichweite. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Da muss ich visieren was eigentlich. Oh. Monster lag. Ich habe kein Ziel. Ich trinke erst, wenn die Leute nicht warten können, dann haben sie Pech gehabt. Jetzt müssen wir da eigentlich gleich mal den Specki treffen. Also für die Illi sind zwei Priester sehr optimal. Was sind wir doch mal? Ich muss keine Aufmerksamkeit lassen, wenn die Leute nicht da, wenn die Leute nicht. Ich habe keine Abschaâmlen, die Leute nicht bei euch. Ich habe keine Besucher. Ich habe keinen Fall. Also ich bin zum schweigen gebracht zu USP. Ich denke wir sollten erstmal kurz auf den Boss warten bevor wir zum nächsten gehen. Könnte er, dann aber wahrscheinlich nicht. Ich brauche ein Ziel. Wenn er auf beide drauf hat, wird es schwierig. Dann kommt er schon wieder. Ich habe kaum Mana. Rückzug, 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 weiter zurück. Auch weiter zurück. Nein, bist du verrückt? Ich glaube ich habe noch kein Mana. Da läuft uns nicht weg, der Bus. Ja. So. Ich komme da nach und rette den Tag. Wenn ihr pullt, bevor ich da bin, müsst euch nicht wundern. Hier kommt der Chef schon wieder. Ja, den müssen wir jetzt mitnehmen wollen. Na so, sollen wir den jetzt oder wie? Okay, entscheidet euch mal. So. Das Rücken schütteln. Was sehen die aus? Naja. Mittelprächtig. Um. ... Tja ja, komm jetzt, jetzt nicht, zieh dir eine Windel an oder so. Da wird schon noch ein Eckchen, bis wir da oben sind. Das ist ein bisschen chaotisch, wa? So, gerade, ein kleines bisschen. Das ist ein bisschen chaotisch. Das lehnt immer noch auf. Das ist ein bisschen chaotisch, das ist ein bisschen chaotisch, das ist ein bisschen chaotisch. Das ist ein bisschen chaotisch, das ist ein bisschen chaotisch. Das ist ein bisschen chaotisch. Das ist ein bisschen chaotisch, das ist ein bisschen chaotisch. Das ist ein bisschen chaotisch, das ist ein bisschen chaotisch. So, die Folge ist auch schon wieder rum. Wie es weitergeht, seht ihr morgen. Das ist ein bisschen chaotisch, das ist ein bisschen chaotisch. Das ist ein bisschen chaotisch.